Zwei hab ich noch dabei und dann war's das und dann kommt die reizende Josie und unterhält euch weiter durch den Abend. Und ähm, eigentlich, ich habe heute, eben, vor ein paar Stunden, noch meine Setliste umgewürfelt. Eigentlich käme jetzt, oh, frohes Neues. Eigentlich käme jetzt, äh, noch ein neuer Song über den schlimmsten Abend, den ich letztes Jahr hatte. Silvester? Ja, nee, 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 nee. Aber ich dachte mir, das Jahr ist vorbei, also neue Chance, neues Glück und sowas. Deswegen spiele ich den nicht und stattdessen spiele ich was, was vielleicht sogar Leute kennen könnten. Und es geht so. Le, 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 ah, nee, warte mal, warte mal. What the, baby. Wie ging das denn? Ich probier's mal mit, mach dir keine Sorgen, sagt die Traumfrau zur Wachfrau. Das Bier ist nur ein Wachtraum, ich bin gleich wieder. Hast du dir das, was du willst, nicht lange schon erfüllt? Oder hast du das, was du hast? Was soll ich sagen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020